Prozent nein Romney die ganz ehrlich das hast du gemacht hast mehr das war keine Verarsche es war für eine eigene Dummheit dass du immer wieder zurückgelaufen ist das Einigkeit Prozent er hat das ist ziemlich dumm nein soll ich noch mal zurücklaufen ich glaube auch gut zurück warte er kann doch mal von Vorlandern ja und da ja boah wenn man den Sprung schafft da nach den zwei Leitern dann ist es eigentlich einfach der sprungiert wenn ich noch kacke ja den meine ich ja und der hier nein ja der da der ist eigentlich nicht so schwer boah der hier ist asschig der ist einfach das ist ein Dreierabstand ja fail doch auf welchen muss ich muss ich jetzt auf die Leiter hier find's heraus ich kann jetzt nicht gucken look at this side oah Pazzy muss ich echt da hin Pazzy Pazzy ist weg hast du nicht zugehört ich wollte ihn doch tippen das bin ich wahrscheinlich nee ja aber Pazzy ist weg hat er gesagt boah 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 wenn ich jetzt verkacke ne ich hab's gepackt ich hab's geschafft sauber ich schau dir zu dann bitte nicht nein boah ach das das ist nicht schwer ach echt wusste ich gar nicht ist too easy ja genau deswegen hast du auch so lang dafür gebraucht ne ja weil das so easy war easy going okay halten Maul ich hätte ich hoffe ich habe nie wieder solche Probleme mit Hamachi nein äh Lothar Heizmann aber ich weiß was ich mache ich würde auch halt Alkohol die ich mache mit schacken aus sieben Alkohol aber schatten aus und verprügelt sich aufs übelste da ich hab jetzt gehen von der kann ich schützen ja glaubst du das genannte eigentlich nein ja nein ha ha voll witzig er ja ja endlich er ist wichtig diese spritte ich nachher Nismar schaue ich die Spieler kann ich gefunden werden ha Oho der kommentiert der kommentiert Köln Mainz jetzt aber jetzt ist es doch jetzt ist vor jetzt ist die sie jetzt ist sie sauber jetzt ist es und das Mann weißt du was ich mich frage was denn ob man von hier aus auf die Leiter nach springen könnte wo von dieser Leiter hier aus dahin springen könnte ja kann man René ja kannst du ja mal versuchen komm schon von vornherein das klappt ernsthaft boah Pff das klappt ey harte ich könnte theoretisch leck mich am Arsch das klappt ja echt wie man hier abkürzen kann überall wieso versuche ich das eigentlich mach einfach die leichte es ist einfach hier und dann da das ist ja unglaublich das ist total geil ja René kannst du mal aus dem Weg gehen man kann ja der gesamten Challenge abkürzen ey ja kannst du ein Eis drauf packen mach ich gerne ey jetzt aber boah jetzt packe ich das ja was hat ein paar sie gesagt wo er hingeht er hat gesagt er muss kurz weg mir hat er nicht gesagt nein ha so und so und so ha ha oh schade zack und zack und chicken mania Mist ha und ha 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 jetzt aber ja boah boah komm schon der Sprung ist der geht der ist die Schwimmel ey ich springe ich sprinnte nie oh du warst doch auf der Leiter hier so rauf ja ich spring da immer ab oh ich mach mal kurz den Wolf damit er die frisst ha 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 frisst er die? ich hab keine Ahnung du frisst doch irgendwie nur Schaf oder Kühe oder so arme Sau dummer Hund nein Huse hast du den Hund gekehlt? mit ein Hieb ich bin Hulk ich brauch nur ein Hieb ich geh mal kurz kehlen so jetzt hast du wieder freie Fläche boah die haben mich auch so gestört ey ich will mal ne Katzenbombe bauen mann aber lass dich mal ich werde das schaffen ich werde das noch irgendwann schaffen mhm mhm ok boah endlich wo bist du denn? ja da der ist easy easy going ja geschafft spitzenmäßig ey komplett am Anfang ey nein ey der wollte echt dass man von hier aus auf den da springt ernsthaft jetzt ne? was ein Freak Mist Mist ich hab den Sprung nur einmal durch Glück geschafft gerade der ist total leicht ja ich kann den aber nicht ich meine hier die Sprünge achso ich kann den mal versuchen jump to ok ich versuch's lieber nicht mann dieses Scheißsteak kriegt mich auf ha und ja dann hebt doch das Scheißsteak auf ja ja ich will ja nicht immer Inventar ha Alter der wollte echt dass man so nen Umweg geht ey da wir sind so dämlich und macht das wir sind so dämlich und geht her aus und geh' wieder zum Anfang Ja, ich. Ja, so siehst du auch aus. Ich bin so scheiße genug dafür. Ja. Ha. Jetzt is easy going, ey. Jetzt is easy going, ey. Ha. 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 Die Power von Greyskull, Junge. Sauber. Komm schon. Ja, okay. Aber, jetzt aber. Jetzt. Ja, jetzt. Hä? Aber ich, das ist ein gerade... Ah. Okay, jetzt is easy going. Erzhaft. Witzig verarscht. Irgendwie spritzelt der nicht. Das ist irgendwie gerade voll witzig. Irgendwie schon, ne? Ey, wie lange ist Passi denn weg? Ist jetzt auch ohne Spaß. Stell dir mal vor, wir werden jetzt schon durch. Ist so. Ja, dann hätten wir einfach weiter gemacht. Ist so. Ich spring jetzt schon aus Laune einfach nur hier hin und geil. Kannst du mal aus Laune die Zeit umstellen. Könnte ich machen, ne? Laush. Zwei. Oh. Ich hab festgestellt, dass du drin warst. Nein. Oh. Wow. Okay, auf 10.000 ist dann immer hell. Du hättest einfach auf null stellen müssen. Leck mich. Ich mach mir meine Diarrüstung, damit ich nicht sterbe, wenn ich falle. Wenn ich zu weit falle. Ja, genau, ne. Soll ich da auch eine machen? Nein. Okay. Mann, ich glaub einfach nicht bis zum Ende. Ich schaff das aber noch. Ja, locker. Ist ja auch keine Stelle, wo man aufgibt, ey. Ich geb auch. Nein. Hey. Das wäre verdammt witzig. Nein, für mich nicht. Oh, Mist. Ich war drauf. Egal. Ha. Ha, ja. Nein, 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 nein. Ich war drauf. Ey, guck mal, so. Hm. Find ich jetzt besonders? Oh, ja. Nein. Pasi? Ich bin wieder da. Nein. Musst du was klären. So, mit deinen Bitches. Nein. Familie. Ey, Pasi. Und guck mal. Der. Ja. Hier, weißt du. Ey, der wollte echt, dass man hier. Pasi. Ja. Von hier nach da, nach da. Einmal hier komplett um Kreis rum springen. Ja, das war es Pasi. Hä? Wo weißt du das? Ja, guck doch mal. Der wollte das mal von dem hier aus. Aber es ist sehr schwer. Der Sprung ist noch schwerer als der. Ja, deswegen hat der ja zur Tour gesagt. Geschrieben. Und das habe ich vorhin auch schon gesagt. Und der ist nicht schwer. Ich habe den schon mehrmals in den Kraft. So schwer ist der nicht. Gut. Du kannst ja nochmal ganze Challenge machen, wenn du willst. Ja, kann ich machen. Und. Oh. Einmal. Einmal korrekt machen, ne? Ah, bam. Und Pasi, guck mal. Pasi. Man kann von hier auch abkürzen, ne? Man kann an die Leiter nehmen. Ja, komm. Oh. Ja, okay. Ja, das ist, äh, das ist. Nein. Dumm. So ein Jump zu machen. Nee, eigentlich nicht. Zeit. Ja. Was? Und jetzt mach auf null. Boah, ein Idiot. Ja, ich mach schon. Mach auf null. Hab schon. Null ist schöner. Oh, nein, nein, nicht. Oh, nein, 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 nein. Ja, Flo. Jetzt ist easy going. Easy going. Ja, easy going. Ja, easy going. Da, easy going. Ja, endlich. Level 48, checkpoint aktiviert, das ist sehr gut. Oh. Der war jetzt irgendwie so schwer wie ich verauft habe. Ja. Nein. Okay. Ach, kacke. Blöde Sache. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier, den E-Rund. Warum sind? Keine Ahnung. Ich war drauf. Ich war auch drauf. Ich hab's aber nicht bemerkt. Bin runtergelaufen. Das ist gar nicht schwer. Ist es auch nicht. Aber ich war drauf, aber ich hab' ich hatte sie neben mein Gesicht. Ach, ich muss auf die E-Nee. Ich muss hier auf die Leiter, ich dachte schon. Oh, ich war drauf. Ich war drauf. Das tun ist wegen René hier. Aber ich dachte, René wäre... Ops. Ach, Mann. Ich dachte, René wäre ein Schwein. Da war ja witzig. Kannst du mit Simon abhängen? Im Ernstchen, ja, klappt nicht, wenn wir beide gleichzeitig springen. Klappen tut's schon, nur wann, ne? Ist von da echt leichter. Für mich, für mich schon. Hä, wie soll jemand... Nice. Ich find's leichter als das andere. Nee, da springt ich immer drüber. Der ist voll schwer. Boah, ey, ich trutsch immer drüber. Oh, der muss die. Der? Ist auch besser so, glaub ich. So, wie geht der hier? Du musst einfach da dran springen. Der ist voll einfach. Da reicht sogar ein Einzelsprung. Ja. Da reicht sogar Lauf. Boah, den hab' ich gar nicht gesehen. Mann. Mann, wenn wir darüber reden, wär' nicht die ganze Zeit. Irgendwie schon. Das ist ein blöder Pimmel, der der Werbesteller. Nein. Nein. Aber wir, die immer den Werbesteller beleidigt. Hast du noch gar nicht? Ich glaube, es war noch nicht eine Folge, wo René den Werbesteller nicht beleidigt hat. Doch. Stimmt. Ja, aber noch keine Aufnahme-Session. Ja, das ist klar. Ach, ich bin schon wieder drauf eingefallen. Ich weiß gar nicht. Ja. Boah. Nein. Wir sind gemacht, Flo. Kein Anlass.